Man ist die Pflegeschwester, man ist die Technikschwester, man ist die Seelsorge, man ist die Physiotherapeutin, man ist die mitunter sogar Psychologin. Mein Name ist Carola Günther, ich arbeite hier im Berlin-Buch im Helios-Klinikum als Zentrenleitung in der onkologischen Abteilung Sarkom-Zentrum. Wir behandeln internistische Patienten mit Chemotherapie und tumororthopädische Patienten werden bei uns operiert. Und ohne die Arbeit des behandelnden Arztes und ohne die Zuarbeit der Pflege würde die Betreuung der Patienten bei uns nicht in diesem Umfang gewährleistet sein können. Wir führen also selbst als Leitung wie als ärztliche Leitung interne Fortbildung für alle Mitarbeiter in den einzelnen Bereichen durch. Natürlich, die Mitarbeiter merken, dass sie sozusagen in ihrer Berufung auch gestärkt werden. Es stärkt den Einzelnen, es stärkt glaube ich auch das Team. Also wir merken oft, dass wir da ein positives Feedback auch zurückbekommen. Dann merkt man als Außenstehender, als Patient, egal, oder auch als Mitarbeiter aus dem Haus heraus, die macht ihren Beruf wirklich mit Liebe.